Du sagst, dass du uns schlägern und dich so... Der will uns gehörst. Hier, komm her. Der will den ganzen Becher haben. Los! Schwimmst du? Nein! Hast du das Geräusch gehört? Wahnsinn! Jetzt ist es gut! Die sind ja echt... Der hat ja echt das ganze Eis mit ihm mal, ne? Na gut, ich geb ihr das noch. Ich hab eh keinen Bock. Nee. Doch. Guck mal, jetzt sind sie ja eh weg. Guck mal! Guck mal!